Wie Sie den Künstler Jean-Jacques Biddy kennengelernt haben, haben Sie den Künstler Jean-Jacques Biddy kennengelernt? Ja, ich habe ihn in einem kleinen Bordel kennengelernt. Sie hat ihn kennengelernt in einer Einrichtung für Künstler, in der sich dann gut von er kennengelernt. Man hat einen sehr engen und erfolgreich zusammenarbeitet. Einermäßig und ausgiebig. Und ich liebe seinen Künstler. Frau Broselle schätzt die Frau Schöpfe. Sie schätzt die Körperlichkeit des Künstlers und seine Fähigkeit, seinen Körper einzusetzen. Also diese Art Figuren darzustellen in einer deduzierten Form. Man könnte das so sagen. Also, Madame Broselle. Und nun? Et maintenant? Jean-Jacques Biddy tanzt. Jean-Jacques Biddy danst. Mit 80.000 Fragen um die Welt. 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 Ich glaube nicht, sie sind nicht alle Worte. Wenn die Welt rüber und die Welt rüberहst, Dann sage ich. Oder ist das in die Welt. Und ich sage die Welt. Ich sage die Welt. Und ich sage die Welt. Ich sage die Welt. Und ich sage die Welt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.